The Power of the Dark Side Yo 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 Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront Ja also ich sollte mir definitiv ein anderes Mikrofon zulegen Besser gesagt nicht so unser Mikrofon bilden Also ich bin gerne für 10 Tipps auf und ich bin dem Samsung Geek da bin ich noch am überlegen dann das Audio Technica das ist auch gut auch so so nerviger Doide ich bin immer noch verwirrt und sehe kein ich hasse es wenn man kann wieder eine nerviger Doide aber ich habe wieder die Punkte gekriegt ja wo sind denn die nervigen Gegner hier nicht da ist das Ende der Map doch nicht oh man ich hasse diese Schattentrupe einfach aber es sind in letzter Zeit auch viele Schattentrupe einfach weil das Spiel schon relativ lange auf dem Markt ist ich ich gehe hier im Prinzip echt absolut wahllos lernen bis ich dann mal irgendwann zu einem Feind komme weil das kann ich auch nicht wirklich gut mich verkampen und Typen holen das kann ich nicht deswegen bin ich auch ganz unten und dann gibt es nur ein Assist ey und dann gibt es nur ein Assist oh da ist ein Heldenobjekt so wen nehmen wir kann der Kraft ich konnte nur Leia nehmen Böhm 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 Dami-uranische Wache übersehen oder wie auch immer sie ausgesprochen wird es auch egal Böhm jedenfalls Leia es war für natürlich übertrieben krass und ich hoffe ich kann mich hoch dann hätte ich gewonnen Dioxys ich will dann halt auch mal Kienzen hier kommen so raus ein Kommerk ja natürlich ein herviges Dioxys das nichts bringt was das hat mir so viel gezockt oh nein scheiße das ist nur noch sowas und dann ist der Leia echt schlecht lasst ihn keine Zeit nicht zu sammeln füllt ihre Vision sehr schön ich weiß nicht wie ich das geschafft habe aber ich hab's geschafft nicht so die 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 diese Mist! Scheiße, down! Oh, ich warte grad! Völlig! Sorry, 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 sorry! Das passiert mir zu oft, dass sie einfach komplett down gehen. Oh, ja! Wir haben die Hutten auf. Das haben wir abgeschlossen, sehr schön. Yuba-Mission, Kampfeswut, Adrenalin-Simulator, das... Könnt ihr aber was bringen? Yuba! Ach, komm, Yuba! Man hört Yuba brabbeln. Wo? Wo sind die verantwortlichen Truppen des Sturmes? Da! Nicht! Ich sehe sie nicht! Da! Ich sehe sie immer noch nicht, das kann doch nicht wahr sein! Nervige Yuba-Truppen! Ja, ich habe ihn noch geholt und jetzt geht es auch mal wieder bergauf, 9, 3. Obwohl ich mit Leia auch nicht übertrieben krass war, aber... Monatoli ist jetzt ein Meisterscout. Was auch immer das heißt. Was auch immer das heißt. Ja, komm! Komm! Nerv nicht, Donom! Schnack nicht lange! Tu was! Und ich bin mal wieder am Pro der Welt gespawnt. Der Transport ist schon so weit, die Yuba ist aufgegangen und ja... hier scheint das zu sein. Laut unseres Geheimdienstes hält sich der Kopfgeldjäger Boba Fett in eurem Sektor auf. Okay, ich bin direkt viel besser gelaunt. Oh man, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Trott. Wo... Wo sind die verdammten... Ja, komm! Der Transport ist fest! Wir müssen ihn wieder in Bewegung setzen! Ey! Puh! Die Oxys! Sehr schön! Ein Kopfgeldjäger weniger! Sehr schön! Jetzt kommt noch mal was hier. Erziele 10 Kills mit Blastergewehrserien, habe ich geschafft. Wenn sie springen, habe ich keine Chance. Ja, M-Kuiui! I-Kuiui! 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 Kuiui! I-Kuiui! 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 Die gute alte Kuiui! I-Kuiui! 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 Aber die Kuiui ist weg. Oh, die Oxys! was CR780, ich wusste es, sonst hätte ich auch das gelocker geknackt, aber oh, das ist schon da, das Transportschiff das Juba-Schiff jetzt muss der Transport aber im Prinzip kann man doch jetzt nicht mehr den Transport verreißen, allein logisch gesehen kann man ihn doch jetzt nicht mehr verkacken nervt nicht rum, Juba okay, ich bedanke mich für das Zusehen ich sage, bis zum nächsten Mal bis dann, Leute ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal